Heute bin ich hier bei uns im Büro, neben mir sitzt ein sehr guter Freund, Mola Adebisi. Heute geht es darum, es geht um die zwölf Personen. Ich will Mola mal fragen, was er denn jetzt letztendlich von den zwölf Personen gehalten hat. Also Mola, du hast die zwölf Kandidaten gesehen, die wir nur über das Netz gefunden haben, über die Partys, über Portale. Was sagst du dazu? Also erstmal klasse Geschichte, über das Internet eine Band zusammen zu casteln, finde ich gut. Ich habe die zwölf Kandidaten gesehen und muss sagen, da steckt echt verdammt hohes Potenzial drin. War bestimmt nicht einfach für euch, euch da für den ganzen hunderten von Einsendungen, die da gekommen sind, irgendwie die zwölf Besten auszusuchen. Also war schon eine schwierige Aufgabe, habt ihr gut gemacht. Und als Programmdirektor von I'm Music One hoffe ich natürlich auch, dass einige von denen oder alle drei, die dann auf Tour gehen, dass die bei uns zu sehen sind. Vielleicht mal einen kleinen Bericht über die machen, dass wir vielleicht mal ein Video drehen oder so. Auf alle Fälle gibt es ja viele Möglichkeiten, was wir da zusammen machen können. Das ist schon mal sehr nett. Also wie gesagt, ganz, ganz viel Glück. Voten, voten, voten auf jeden Fall. Bei I'm Music One, das ist der neue Musikfernseender ohne Jamme, ohne die ganzen Klingeltöne. Wenn wir da einen Platz bekommen, da aufzutreten mit der Band, ist das schon mehr als Traum, dass wir es bekommen. Vielen Dank der Film, Mola. Ja, wieder gerne. Hast du sonst zum Schluss noch was zu sagen, vielleicht? Irgendwie Band, Glückwünsche wünschen, ich weiß nicht, irgendetwas? Das ist immer wichtig, also guckt I'm Music One, wenn ihr einen vernünftigen Musikseender sehen wollt und votet auf nanas-band.de Cool, das war's. Vielen Dank. Vielen Dank, Mola.